Was? Was sagen Sie? Ja, ja, okay. Die waren doch bis jetzt gemäßigt. Was wollen die jetzt? Dschihad. Einen lokalen Dschihad. Ja, gut. Sollen mitmachen. Alles klar. Gut. Gott, Syrien. Absolut kein Plan, diese Leute. Also, was wollen Sie? Herr Botschafter, habe ich die Ehre. Wagner mein Name. Ich bin der bayerische Außenminister. Bitte? Bitte? Ja, der Horst hat gesagt, die Turnhallen sind voll, also machen wir jetzt auch Außenpolitik. Wie bitte? Sehen Sie, ich soll bis zur Klausursitzung am Freitag den Syrien-Konflikt beenden. Und Sie sind ja dann doch durchaus invol. Sehen Sie, wir hätten einen Vorschlag. Vier Jahre Bürgerkrieg, ein gutes Dutzend Kriegsparteien und was jetzt noch gefehlt hat, ist ein Friedensvorschlag. Die Einmischung Bayerns. Das hat der Horst auch gesagt. Sehen Sie, wir hätten, also der Vorschlag geht eigentlich, geht eigentlich immer. Es ist im Prinzip unser Lieblingsgrenschendicht. Also plus halt in dem Fall von Syrien für Waffen. Warum? Das ist doch kein Plan. Nein, nein, nicht. Haben Sie einen Besseren vielleicht? Ja, wir haben einen großen Plan für den ganzen Nahen Osten. Es geht um den Regime-Change. Regime-Change. Schauen Sie, in Syrien arbeiten wir schon seit Jahren erfolgreich daran, das Regime zu destabilisieren. Wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr eine Milliarde in das Training und die Bewaffnung von Rebellen gesteckt. Eine Milliarde? Ja, wuh, das ist so eine Art Ausbildungsinitiative. Okay, jetzt ist es ja so, Ihre mühsam ausgebildeten Nachwuchskräfte werden ja jetzt von Putin bombardiert. Ja, das gefährdet unseren Krieg. Immer den Frieden. Genau, und der Putin, der bombardiert ja in Einladung vom Assad-Regime, also im Einklang mit dem Völkerrecht vorhin gegen Ihr Regime-Change, mit Hilfe der Rebellen ja ein Bruch des Völkerrechts darstellt, was ja eine Sauerei ist von dem Völkerrecht. Schauen Sie, das Völkerrecht ist eine wichtige Orientierungshilfe für andere Länder. Wir orientieren uns mehr an dem, was wir wollen. Also was das syrische Volk will. Genau. Und das syrische Volk will Assad weghaben. Genau. Jetzt ist das so. Es gibt ja ernstzunehmende Umfragen, die durchaus sagen, dass es einen großen Teil des syrischen Volkes gibt, der bis heute hinter Assad steht. Ist das nicht interessant? Nein. Und dass das vielleicht daran liegen könnte, dass Syrien also nicht nur eine brutale Diktatur ist, sondern eben auch ein Land war, in dem ich zitiere, also hier ein Land war mit relativ guter medizinischer Versorgung, einem relativ hohen Bildungsgrad, relativ guten Frauenrechten. Wobei das ist wahrscheinlich auch nicht interessant. Nein. Schauen Sie, Assad hat Giftgas eingesetzt, gegen seine eigene Bevölkerung. Ja, das ist ja auch entsetzlich so ein Einsatz. Und es ist ja auch bewiesen, dass es Assad war, gell? Ja, natürlich, sonst hätte Präsident Obama das ja nicht öffentlich gesagt. Ja, genau, genau. Jetzt ist es so. Ihr amerikanisches MIT, das Messezentrum. Massachusetts Institute of Technology, eine der führenden Elite-Universitäten. Ja, genau. Die habe ich hier wörtlich, die bezweifeln, nämlich die von Obama verbreitete... Wem glauben Sie mehr, einer Elite-Universität oder dem amerikanischen Präsidenten? Dem amerikanischen Präsidenten, glaube ich. Schauen Sie, mit dem einen Satz von Giftgas steht Assad in einer Linie mit Saddam Hussein und mit Hitler. Und Sie können mit Hitler nicht reden. Na, dies kann man nicht. Deswegen waren wir gezwungen, die Rebellen in Syrien zu bewaffnen. Bewaffnen, ja. Direkt oder auch indirekt, ja. Und dann sind sie da auch gelandet, die Waffen. Zum Beispiel bei der Islamischen Front oder bei der IS. Oder bei freien syrischen Armee. Ah, okay, das ist klar. Was hätten Sie sonst auch machen sollen als bewaffnen? Sagen Sie, woher kamen denn die Waffen dafür, für diese? Na, viele Waffen kamen über die Türkei und viele aus Libyen. Gaddafi hatte die da noch liegen lassen. Da, 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 Gaddafi, genau. Der hat ja, den haben Sie ja 2011 zusammen mit der NATO stürzen, helfen lassen müssen. Gaddafi hatte den arabischen Frühling gewaltsam unterdrückt. Genau, er war seine Hitler. Wenn Sie das sagen. Jetzt ist es nur so. Es gibt eine Untersuchung an der Uni Harvard und die beruft sich auf die UN und Amnesty International. Und die sagt, dass die Gewalt in den großen Städten ursprünglich von den Protestierenden ausgegangen ist. Und die Armee vom Gaddafi, Zitat, nie wahllos Zivilisten angegriffen hat, wie es die westlichen Medien behauptet haben. Dem glauben Sie mehr? Einer Elite-Uni, der UN, Amnesty oder den westlichen Medien? Dem amerikanischen Präsidenten. Was wollen Sie? Was? Was wollen Sie? Wir haben in Libyen Menschenleben gerettet. Ach, genau. Also bis auf die Zehntausenden Toten nach der Intervention. Bitte? Naja, aus dem Ziel, 50.000 Opfer eines Krieges, der allein aus dem Ziel, solche Opfer zu verhindern, seine Legitimation zu beziehen, vorgab. Der Ersatz ist nicht von Ihnen, oder? Na, dem habe ich von einem Strafrechtsprofessor aus der ZEIT. Wem glauben Sie mehr, der ZEIT oder dem amerikanischen Präsidenten? Da muss ich erst meinen Anwalt fragen. Ich weiß, überhaupt nicht. Ich weiß, überhaupt nicht, was Sie wollen. Ich war, Gaddafi ist doch weg. Ja, ja, Gott sei Dank. Jetzt ist es so, halt auch in weiten Teilen der hohe Bildungsgrad. In Libyen die gute medizinische Versorgung, die Rechte der Frauen und, ähm... Irgendjemand muss eben Opfer bringen für einen erfolgreichen Regime-Change. Erfolgreicher Regime-Change, genau. Wer regiert denn da jetzt erfolgreich im Bürgerkrieg in Libyen? Schauen wir mal nach. Im Wesentlichen radikale Islamisten und der IS. Der IS, hoppala. Ja, wie ist denn der da hingekommen? Aus dem Irak. Aus dem Irak, genau. Irak. Was war jetzt da nochmal... Wir. Genau. Der Irak war der erste Baustein unseres großen Plans. Genau. Ich habe da notiert, Irak ursprünglich mal ein relativ hoher Bildungsstand, relativ gute medizinische Versorgung und sowas ähnliches wie Frauenrechte. Gut, war auch vor der Diktatur. Und dann haben Sie gesagt, der Hussein ist ein... Hitler. Genau. Dann Regime-Change. Ja, genau. Und dann eben Bürgerkrieg hier, dann Chaos und irgendwann dann, äh, hoppala, IS. Sie wollen uns aber nicht wirklich die Entstehung des IS anlasten. Nein, 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 nein. Jetzt ist es nur so. Also nach dem Einmarsch in den Irak haben Sie ja die Wirtschaft zerstört und Hunderttausende von Soldaten entlassen aus der Armee. Wir sind keine Unmenschen, wir haben diesen Menschen ja eine Staatshilfe gelassen, die Waffen. Sie haben Hunderttausende wütende junge Männer mit Waffen sich selbst überlassen. Diese Männer hatten die freie Wahl, IS oder Kindergärtner. Gab es denn da viele Kindergärtner da? Nein. Sehen Sie, können Sie nachvollziehen, dass, jetzt lassen wir mal den Einfluss von Iran und Saudi-Arabien vielleicht beiseite, aber können Sie verstehen, dass es bei Laien den Eindruck erweckt, dass Ihre Regime-Changes durchaus so etwas führen, sowas war so ein Chaos. Sehen Sie, ist es nicht interessant, dass Syrien, Irak, Lüben, also diese Menschen liegen bei uns jetzt in den Turnhallen? Nein, und Sie vergessen, dass all das ja Teil eines großen Plans ist. Ja, das vergisst man bei Ihnen häufig. Und ich glaube, niemand hat diesen großen Plan, kürzer und prägnanter, zusammengefasst als General Wesley Clark, ein amerikanischer General und NATO-Oberbefehlshaber im Kosovo-Krieg. Hören Sie hin. Ja, über 10 days after 9-11, I went through the Pentagon, and I saw Secretary Rumsfeld und Deputy Secretary Wolfowitz, I went downstairs, just to say hello to some of the people on the Joint Staff, who used to work for me, and one of the generals called me in, he said, Sir, you've got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no, no, he says, we've made the decision, we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq, why? He said, I don't know. He said, I guess it's like, we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Hey, das ist doch kein Plan. Wozu brauchen Sie einen Plan, wenn Sie gutes Militär haben? Und wenn Ihnen das nicht passt, dann können wir uns gerne zurückziehen. Putin macht die Arbeit ganz genauso gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jetzt ist das so. Schauen Sie, mir lässt es keine Ruhe. Sehen Sie, wir haben den Syrien-Konflikt, keine Aussicht auf Frieden, weil man ja nicht redet mit Assad, weil es sein Einsatz 2013 von den Giftgaswaffen, seitdem haben wir ja gesagt, der ist Hitler. Genau. Und jetzt ist es so, Ihr MIT hat doch gesagt, dass die Darstellung von Obama falsch war, dass es Assad gewesen sein kann, dass eben auch von den Truppen, in seinem von den Truppen, von Assad-Truppen kontrollierten Gebiet des Giftgas rübergeschossen worden ist. Was wollen Sie damit andeuten? Was wollen Sie damit andeuten? Ah, nein, nichts. Es ist es nur so. Schauen Sie, was, wenn es nicht so sein kann, wie es immer erzählt wird, schauen Sie, man hat vom MIT physikalisch ausgerechnet, die Trägerrakete hatte eine Reichweite von maximal zwei Kilometer. Ja, zwei Kilometer konnte das Giftgas fliegen. So, jetzt die Stellung des Assad-Regimes waren hier. So, Sie waren, also für diesen speziellen Angriff, um den es geht, Sie waren zu weit weg. Präsident Obama hat in einer Rede vor der UN-Generalversammlung gesagt, dass es eine Beleidigung des gesunden Menschenverstandes ist, wenn man annimmt, irgendjemand anders als das Assad-Regime hätte die Raketen abgefeuert. Ja, aber Obama beruft sich doch in der Rede auch auf einen UN-Bericht, in dem gar nicht drinsteht, wer es gewesen ist. Wollen Sie damit andeuten, dass der Friedensnobelpreisträger... Meinen Sie den Friedensnobelpreisträger, der gerade den anderen Friedensnobelpreisträger namens Ärzte ohne Grenzen hat bombardieren lassen in Kunduz? Ein Kriegsverbrechen, bei dem in einem Krankenhaus Menschen in der Intensivstation bei lebendigem Leib verbrannt sind? Bayern. Sagen Sie, ist das nicht dieses kleine Land im Süden Deutschlands mit guter medizinischer Versorgung, einem hohen Bildungsgrad an der Gleichstellung der Frau, deren politische Führer immer wieder sagen, dass es rechts von Ihnen keine Partei geben darf? Wissen Sie was, ähm, ich sag dem Hörst einfach, Außenpolitik, das ist, das ist was für Profis. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.